PopPlay 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 Bandit Ähm Hallo Jupp Und wir schauen einfach mal, was da ist. Ich hab's noch nicht ausprobiert, noch nicht angespielt. Okay Da komm, hey Fluff Und ich kann dich da hinlegen, dann kann ich dich hier hinlegen, dann kann ich dich nehmen, dich da hin tun Kann ich dich nehmen, dich da hin tun Kann ich dich nehmen, dich da hin tun Muss ich das irgendwo hin abliefern eigentlich Achja, ich muss es da rüber bringen, oder? Komm ich da irgendwie Komm ich da irgendwie außen rum Okay, also du weg Du weg Du hier hin Du kommst Da hin Du kommst Äh Da hin Okay, äh Ich hab keine Ahnung Halt Ich hab keine Ahnung, wo ich den Spaß hinbringen muss Also, warte mal Ich finde es auch geil, wie wir da oben sehen, was wir eigentlich produzieren müssen Ähm Ja, äh Overcooked halt, ne? Ähm Ähm Komm ich da irgendwie rüber? Ach, ich kann... Ach Okay, äh Das heißt, wir müssen den Spaß noch mal machen So, wir sagen noch mal hier Ähm You have been assigned To the factory floor You are being closely monitored Failure and waste is unacceptable now Make haste and begin assembling the children's toy from the blueprint above Okay Okay, das heißt also Unterteil, Oberteil Alles klar Gut, dann probier'ma das vielleicht nochmal Ah Das ist die Farbe Okay Wir sind bereit Mir ist die Farbe ja ziemlich egal Das heißt Wir flitzen hier rüber So Bauen dicht dahin Jetzt, so macht's auch auf einmal Sinn Okay 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 Ok. Ok, das geht also so gar nicht. Ich muss sie wirklich extra bereitstellen. Ok, so gehts eigentlich. Ok, wenn man mal raushalt, wie man es macht. Ja, so nicht, aber egal. Ok. Aber immerhin haben wir nicht so viel Blödsinn gemacht. Das heißt, wir können zum nächsten Level gehen. Gut. Wir sollen eine Rakete bauen. Market research indicates that children enjoy toy rocket ships. Studies also show that parents will only buy rockets without explosives for their children. Assemble the toy rocket ship without explosives in the blueprint. Ok. Ok. Unten. Also, ich brauche 3 Teile, so wie es ausschaut. Ok, dann versuchen wir mal ready zu sein. Ok. Ok, das kann unten hin. Ok, das wird ein bisschen komplizierter, so wie es aussieht. Ok. Ok. So. Dann würde ich dich doch mal nehmen und dich hier drauf. Dich nehmen, hier drauf. Äh, dich nehmen, du kannst mal da hin. Dich nehmen und stell dich da hin. Dich nehmen und stell dich hier drauf. Dich nehm ich und stell dich hier drauf. Dich nehm ich und stell dich da drauf. Kann ich eigentlich den da nehmen und hier hin. und dann würde ich, äh, ach, warte mal, so, der kann da drauf, so, dann würde ich dich nehmen, das ist super lahm, so, dann kann ich den nehmen und den da drauf, dann nehme ich dich, kommst du da drauf, dann kann ich dich nehmen und dich mal da hinpacken, dich kann ich daneben tun, dich kann ich nehmen und da drauf, das ist Blödsinn, so, also dich nehmen, äh, dich packe ich da oben drauf, dann kann ich den da unten nehmen, kann ich dich nehmen und dich mal da drauf packen und dann kann der da hin, kann ich dich nehmen dich da drauf, kann ich den nehmen da drauf, kann ich den nehmen da drauf, da hin, ähm, dann nehmen wir den hier oben, tun den da hin, nehmen wir den, tun wir den da hin, nehmen wir den, tun wir dich, äh, da hin, tun wir dich da hin, dich da hin, zack, zack, also dich nochmal, dich hier hin. Dann warten wir auf den da drauf. So warten wir auf den nächsten und da drauf und zurück. So, die nächste, das nächste, äh, Shashi, den da, da drauf und hier hin. Zack, da. Dich nehmen, zack, dich nehmen. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Nein, so, dich will ich hier haben. Dich will ich hier haben. Dich will ich da haben. Wehme dich zurück. Dich hier, dich da, zack, 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 zack. Okay, immerhin haben wir es geschafft. Äh, ich bin nicht so der Freund von so Hektik-Spielen übrigens, ne, das habt ihr vielleicht schon gemerkt. Da bin ich nicht ganz neutral davon. Die Grafik ist ein bisschen kürzlich. So, our rapid duckies have been selling well. However, our research team suggests that some kids enjoy more than one color. Use the painting machine, oh scheiße, on the factory floor to paint our stock of duckie parts blue. Goofy hats make some people laugh, which increases purchase probability by 30%, so, add a head as well. Okay, wir tun mal so, als ob wir Radi wären. So. Dann würde ich mal schauen, die Duckies, die kommen daher. Oh Gott. Okay, also der Head muss mal dahin. Äh, Wood. Okay, also verstanden. Zack, 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 zack. Und dann brauche ich den Hut. Einmal, äh, der kann dahin. Der Hut kann dahin. Jupp, jupp, jupp. Dich weg. So, der da, der da, der da. Und der Hut. Hier, hey, Hut. Zack. Und hier hin. Und Ducky Buddy. So. Dann sagen wir hier hin. So. Dann sagen wir hier mal. Ducky Buddy. Äh, hier bitte. Zack. Zack. Gut, zack, zack. Und weg mit dir. Ja, komm. Weg mit dir. So. Ducky Buddy. Gut. Nein, nicht da, sondern da. Ducky Head. Ah, puh. Aber da ist Ducky Head. Hey, Ducky Head. Yay. So, die nächste Order hätten wir. Pam. Ducky Head. Ducky, äh, Ducky Head. Ducky Head. Und Ducky Buddy. So. Zack, zack. Da oben drauf. Weg mit dir. Weg mit dir. Ducky Head. Ducky Head. Ducky Head. Ducky Buddy. Ducky. Weg mit dir. So. Ducky Head. Ah, puh. Ducky Head. Ducky Head. Ducky Buddy. Na, immerhin haben wir den Job completed. So. Und das war, so wie es ausschaut, auch schon die Demo von, äh, äh, Bolts and, äh, Bolts and Belts. Nicht Bolts and Belts. Bolts and Belts. Ich bedanke mich an dieser Stelle für die Aufmerksam-Card. Cheerio mit O, wenn ihr die Demo besser spielen könnt, macht's. Äh, vielleicht habt ihr auch nicht so geile Effekte hier wie ich. Und ich wünsche euch noch eine tolle Zeit. Cheerio mit O. Auf Wiedersehen.